Im Kongo befindet sich das größte Moor der Welt. Mit 16,7 Millionen Hektar ist es größer als England und hat so viel CO2 eingespeichert, wie die USA in 20 Jahren Ausstoß. Jetzt soll dieses Moor aber für Ölbohrungen freigegeben werden. Wir klären heute, was passiert, wenn das Moor für Ölbohrungen freigegeben wird, warum Moore für das Klima so wichtig sind und wieso der Zustand von Mooren gerade in Deutschland so unfassbar schlecht ist. Und damit willkommen bei Reckoning Lab, Jakob hier, los geht's! Um CO2 wieder aus der Atmosphäre zu holen, werden derzeit Verfahren wie Carbon Capture and Storage erprobt, bei denen das CO2 eingefangen und gespeichert wird. In den letzten Jahren kommen hier auch immer wieder Moore ins Gespräch, denn die können gewaltige Mengen Kohlenstoff speichern. Und zwar deutlich mehr als zum Beispiel die ganzen Wälder. Und trotzdem plant man jetzt in einigen Regionen sogar die Ausbeutung des sensiblen Ökosystems. Bevor wir uns anschauen, was es mit dieser Ölbohrung auf sich hat, kommen wir erstmal dazu, wie Moore es schaffen, so unfassbar viel CO2 zu speichern. Also Moore, die bestehen vor allem aus drei Komponenten. Aus Wasser, Pflanzen und Torf. Moore entstehen da, wo über lange Zeit mehr Wasser durch Regen oder Grundwasser hinkommt, als wieder abfließt. Zwar noch nicht genug Wasser, damit so ein See entsteht, aber halt immer noch genug, damit der Boden dauerhaft nass ist. Dadurch kommt es zu einer Besonderheit. Also ein Land, da gibt es ja normalerweise so einen typischen Stoffkreislauf. Etwas wächst, stirbt ab und wird zersetzt. Damit das passiert, braucht man sogenannte Zersetzer. Das sind dann vor allem Bakterien und Pilze, aber halt auch Regenwürmer. Und die zerkleinern die abgestorbenen Pflanzen. Moor haben die Zersetzer aber ein Problem, denn Moorböden, die sind ja bis an die Oberfläche voll mit Wasser. Und dadurch gibt es im Boden einen Sauerstoffmangel. Damit Zersetzer die abgestorbenen Pflanzen aber richtig abbauen können, brauchen sie Sauerstoff. In Folge werden die Pflanzen nicht richtig zersetzt und mit der Zeit entsteht Torf. Torf ist also etwas wie die Vorstufe von Kohle und besteht hauptsächlich aus nicht richtig abgebauten organischen Pflanzenresten. Darum ist Torf auch sehr leicht brennbar. Auf diese Art sind seit der letzten Eiszeit viele verschiedene Typen von Mooren entstanden, die man über ihren Wasserhaushalt und die darin vorkommenden Pflanzen unterscheiden kann. Heute findet man die überall auf der Erde, sogar nördlich vom Polarkreis oder im Regenwald. Und Moore sind Ökosysteme, die sich selbst regulieren. Also dadurch können sie zum Beispiel bei Hochwasser wie so ein Puffer wirken und überschüssiges Wasser aufnehmen. Und außerdem entziehen Moore Nähr- und Schadstoffe aus dem Wasser. Weil sich das positiv auf die Wasserqualität auswirkt, bezeichnet man Moore tatsächlich auch als Nieren der Landschaft. In den Mooren leben auch viele bedrohte Tiere. Deshalb sind Moore auch wichtig für die Artenvielfalt. Und am wichtigsten ist die Klimafunktion von Moore. Also Moore, die kühlen mit ihrem Wasser nicht nur das Lokalklima ab, sondern die sind auch ein super, super wichtiger Kohlenstoffspeicher, wie ich ja schon erwähnt habe. Ich glaube, man sieht ganz gut, Moore sind mega nice. In Deutschland sind sie aber leider stark geschädigt, was ihre Funktion beeinträchtigt und ein riesen Problem ist. Machen wir mal ganz kurz einen Vergleich, der ganz gut zeigt, warum das so ein großes Problem ist. Also Moor versus Wald. Obwohl Moore nur drei Prozent der Landfläche ausmachen, können sie zweimal so viel Kohlenstoff speichern, wie alle Wälder auf der Welt zusammen. Ein Hektar Moor speichert mit 700 Tonnen Kohlenstoff deutlich mehr als ein Hektar Wald. Da sind es dann nämlich nur so 105 Tonnen pro Hektar. Insgesamt sind heute rund 30 Prozent des Kohlenstoffes in Mooren eingespeichert. Der Kohlenstoff, der kommt dabei von den Pflanzen und über die Photosynthese haben die ja das CO2 aus der Luft aufgenommen. Ich meine, das kennt man, glaube ich, aus der Schule. Und hier ist jetzt das Besondere. Stirbt die Pflanze im Moor ab, dann gelangt der Kohlenstoff ja in das Torf rein, weil das Ganze wird ja nicht zersetzt. Also Kohlenstoff geht nicht zurück in die Luft, sondern ist dann halt im Torf gespeichert. Jetzt kommen wir zu dem Besonderen an Mooren. In kühleren Mooren, also Mooren in kälteren Regionen, gibt es vor allem Torfmoose und Schilfe und in so tropischen Mooren auch tatsächlich Bäume. Und in diesen Mooren kommt es zur selbst verstärkten Rückkopplung, die Moore so zu unfassbar genialen Kohlenstoffspeichern machen. Also, stirbt so eine Pflanze da ab im Moor. Dann wird die von den Wurzeln und den Blättern an der Oberfläche im Boden gehalten. Und hier setzen die abgestorbenen Pflanzen Nährstoffe frei, die dann anderen Pflanzen zur Verfügung stehen. Und diese Pflanzen halten wiederum das Wasser im Boden fest, wodurch dieser dauerhaft nass- und sauerstoffarm ist. Und dadurch können abgestorbene Pflanzen halt nicht richtig abgebaut werden und der Kohlenstoff der Pflanzen bleibt im Boden erhalten. Die Moore, die können diesen eingespeicherten Kohlenstoff aber wieder verlieren und zwar durch Austrocknung. Und so gelangen Treibhausgase wie CO2 oder das besonders schädliche Lachgas dann in die Atmosphäre. Seit der Industrialisierung gab es laut einer Studie vor allem zwei Gründe dafür, dass Moore Kohlenstoff verloren haben. Zum einen sind das Brände und zum anderen Landnutzung durch den Menschen. Mit dem Klimawandel könnte dann noch ein anderer Faktor hinzukommen, denn auch da trocknet das Ganze natürlich aus. Und aktuell kann man das in der Demokratischen Republik Kongo besonders gut beobachten. Mit 16,7 Millionen Hektar befindet sich hier das größte Moor der Erde. Und damit ist es größer als England und hat rund 30 Milliarden Tonnen Kohlenstoff eingespeichert. In CO2 ist das etwa so viel, wie wir auf der Welt in drei Jahren durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen verursachen. Aber das Moor, das ist im Kongo bedroht. Obwohl es einer der wichtigsten Kohlenstoffsenken ist, soll hier bald nach Öl gebohrt werden. Die Demokratische Republik Kongo, die erhofft sich davon Einnahmen in Höhe von mehr als einer Milliarden Dollar pro Monat. Und laut der Regierung möchte man so die Armut im Land bekämpfen. Also ein relativ logischer Schritt natürlich. Jetzt muss man aber sagen, gleichzeitig hat sich das Land auf der Klimakonferenz von Glasgow dazu verpflichtet, den Regenwald mit seinen Mooren und diese biologische Vielfalt zu schützen. Und dafür hatte die Demokratische Republik Kongo eigentlich 500 Millionen Dollar zugesagt bekommen. Viele Experten waren jetzt davor, dass Ölbohrungen und die damit verbundenen Trockenlegungen in diesen Mooren eine Katastrophe wären. Und das natürlich auch sehr gegen diese Absprache spricht. Und jetzt kommt noch eine Sache hinzu, die ich noch nicht erwähnt habe. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und zwar hat man auch die Befürchtung, dass das Moor durch Öl vergiftet wird. Weil ihr wisst ja, wie schädlich Öl für Wasser ist. Und das wird sich natürlich weiträumig dann in dem Moor verbreiten, sobald da mal irgendwas austritt. Dann leben da natürlich auch super viele seltene Tierarten, wie zum Beispiel Waldelefanten und Bonobos. Also ihr seht schon, das ist ein riesengroßes Problem, wo man eigentlich dringend mal was unternehmen müsste. Die größte Gefahr sieht Kongo Pete, das so eine Organisation, die sich damit auseinandergesetzt hat, aber tatsächlich in Bränden, die vergleichbar mit dem sind, was 2015 in Indonesien passiert ist. Also so ein Brand in diesem Moor könnte historische Ausmaße annehmen und die Vereinbarung aus dem Pariser Klimaabkommen wäre damit mehr oder weniger hinfällig. Weil die Demokratische Republik Kongo zudem politisch instabil ist, befürchtet man, dass mögliche Einnahmen aus dem Öl halt von den politischen Eliten eingesammelt werden. Das heißt, das Argument, dass damit den Armen geholfen wird, ist auch so ein bisschen fraglich. Und ihr merkt schon, eigentlich ist dieses Video ein einziges großes Aber. Aber kommen wir noch mal zu den wirklich super kritischen Punkten. Also um zu sehen, was passiert, wenn man Moore trocken legt, reicht tatsächlich schon ein Blick vor die eigene Haustür. Früher hatte Deutschland mit 1,8 Millionen Hektar nämlich selber super viel Moor. Deutschland hat über eine Milliarde Tonnen Kohlenstoff in Mooren eingespeichert. Und seit dem Mittelalter wurden Moore in Deutschland immer mehr trockener legt. So konnte man neue Siedlungsflächen und halt auch vor allen Dingen Weideland gewinnen. Aber man wollte tatsächlich auch den Torf als Brennstoff haben. Besonders dramatisch waren die Eingriffe so im 20. Jahrhundert. Damals wurde mit dem Boatangamoor eines der größten deutschen Moore fast vollständig trocken gelegt. Und laut dem Bundesumweltministerium sind damit bis heute 92 Prozent der Moorflächen in Deutschland entwässert. Die Hälfte dieser entwässerten Moore ist mittlerweile Weideland für Kühe. Aber halt auch zum Anbau von Kartoffeln wird das genutzt oder Möhren und so weiter. Und das halt alles auf ehemaligen Moorböden. Das führt auch dazu, dass die Lebensmittel, die auf diesen Moorböden produziert werden, einen ziemlich hohen CO2-Fußabdruck haben. Also hat eine Kuh zum Beispiel auf einem entwässerten Moor geweidet, so hat eigentlich ein Liter Milch von ihr den gleichen CO2-Fußabdruck wie 2,5 Liter verbranntes Benzin. Und zusammengefasst verursachen damit alle trockengelegten Moore allein in Deutschland jedes Jahr 53 Millionen Tonnen CO2. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Mittlerweile wird der Moorschutz in Deutschland immer wichtiger. Und so hat man seit 1980 bereits etwa 70.000 Hektar wiedervernässt. Naja und wenn Deutschland jetzt bis 2050 klimaneutral sein möchte, also CO2-neutral, dann müssten wir jetzt ab sofort 50.000 Hektar Moor im Jahr renaturieren. Das Problematische ist eher dabei, dass viele der Moore bereits seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten genutzt werden. Und dadurch fehlt natürlich an vielen Orten verständlicherweise die Akzeptanz für den Moorschutz. Naja und irgendwie ist das ja auch verständlich, wenn man sich überlegt, ich baue da seit Jahren irgendwie meine Kartoffeln an auf diesem Gebiet und jetzt soll ich plötzlich damit aufhören, damit da wieder ein Moor draus wird. Ja, würde man wahrscheinlich selber auch sagen so, hm, lieber nicht. Und oft hört man dann in den Diskussionen ein Argument gegen diese Wiedervernässung und das ist Methan. Also Methan ist ja auch ein Treibhausgas und je nachdem wie man sich das anschaut, ist das 24 bis 34 Mal klimaschädlicher als CO2. Die Werte gehen sogar noch deutlich höher, je nachdem welchen Zeitraum man sich anschaut. Und während trockengelegte Moore CO2 ausstoßen, stoßen nasse Moore Methan aus. Und kurz nach der Wiedervernässung kann der Methanausstoß sogar höher sein als bei intakten Mooren. Allerdings ist die Klimabilanz von renaturierten Mooren schon im zweiten Jahr besser als die von trockenen Mooren. Und deshalb ist diese Wiedervernässung wirklich schon eine sehr sinnvolle Sache und das Argument Methan ist wirklich nicht sonderlich gut. Okay, also ich finde man hat ganz gut gesehen, Moore sind super wichtig und auch ein relativ simples Werkzeug, was wir gerade haben, um was gegen diesen massiven CO2-Ausstoß zu tun. Und ich würde sagen, diese aktuelle Situation in der Demokratischen Republik Kongo, die zeigt, wie bedroht Moore sind und dass wir da dringend handeln müssen und vor allen Dingen auch vielleicht dieses Thema präsenter machen müssen. Denn ich will ganz ehrlich sein, bevor ich mich damals ja bei der Doku mit dem Thema Moore beschäftigt hatte, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, wie unfassbar wichtig die sind. Das ist meine Meinung dazu. Schreibt gerne mal dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet und vor allen Dingen, wie ihr dafür sorgen würdet, dass dieses Moor vielleicht nicht trockengelegt und halt vor allen Dingen dort nicht nach Öl gebohrt wird. Bin gespannt, was ihr für Ideen habt. So, zum Ende des Videos noch mal eine ganz kurze Nachricht an euch. Also, wir hatten auf Breaking Lab vor einiger Zeit den Start unserer spannenden Livestream-Reihe Biotech Talk zum Thema Medizin der Zukunft. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Dabei habe ich mich mit Expertinnen und Experten über Biosimilars Deutschland und Europa als Standort für Medikamentenherstellung und auch über Orphan-Drugs unterhalten. Und das Thema Orphan-Drugs, das ist sowohl während als auch nach dem Stream noch viel diskutiert worden. Und einige Leute haben mir dazu auch noch mal persönlich geschrieben, dass in dieser teils sehr politischen Diskussion eine Einordnung zu dem Thema fehlte. Deshalb möchte ich auf ein paar Aspekte noch mal ganz kurz eingehen. Also, zur Erinnerung, Orphan-Drugs sind diese Medikamente für sehr seltene Krankheiten. Eine Krankheit, die gilt in der EU als sehr selten, wenn nur eine Person von 2000 daran erkrankt. Es gibt aber ca. 8000 solcher Krankheiten. Es sind also relativ wenig Betroffene pro Krankheit, dafür aber viele unterschiedliche. Natürlich hofft jeder Einzelne auf eine Therapie und Medikamente zur Behandlung. Um die Forschung und Entwicklung solcher Medikamente zu fördern, gibt es Anreize für Pharmaunternehmen bei der Finanzierung und bei der Zulassung für Orphan-Drugs. Und das ist vor allem für die Betroffenen natürlich enorm wichtig, da in der Regel erst dadurch diese seltenen Medikamente hergestellt werden. Und genau bei dem Punkt wurde mir von einigen Leuten gesagt, dass das etwas im Team unterging. Also seit 2000, seit dem Jahr gibt es diese Anreize, sind fast 200 Orphan-Drugs zugelassen worden und davor waren es halt nur vereinzelte. Dadurch sind beispielsweise eine seltene Form von Krebserkrankungen, eine neuromuskuläre Erkrankung, die in der schwersten Form bei Kleinkindern zum Tod führt und eine seltene Erbkrankheit behandelbar geworden. Und natürlich ist jeder einzelne Therapieansatz für die Betroffenen und deren Angehörigen gerade im Bereich von diesen seltenen Krankheiten unglaublich wichtig. Und diese Aspekte wollte ich auf jeden Fall noch mal ergänzen. Gerade politische Diskussionen sind ja für mich auch kein Alltag. Und ich wollte natürlich auch möglichst kritisch in das Thema reingehen. Und da ist dieser Aspekt vielleicht hinten rüber gefallen. Ich hoffe, dass ich mit diesem kleinen Abschnitt hierzu nochmal etwas mehr Background zum Streamen geben konnte. Und wenn ihr wollt, dann findet ihr hier jetzt diesen Livestream und da noch ein weiteres Video von mir. Und ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Jakob.